Hallo! Eieieiei! Hallo Süßes! Hallo Süßes! So, nun kommen wir in die Zeit. Dann müssen wir die anderen sagen. Winters! Hallo! Winters! Komm mal her! Achso, die sind da drin. Komm mal her! Wenn die 3 Stunden draußen gedruckt haben, dann müssen wir uns ein bisschen beruhigen. Und vor allem, jetzt fängt es an zu regnen. Ich lasse ihn jetzt hier raus, Bernd. Achtung! So! Hallo! 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 Ihr seht nicht so nah! Ohhhh! Der weiß nicht! Der wird mir die Kamera auffressen! Hallo mein... Ja! Ja! Der ist ja gut! Das ist echt schwer, weil die... Hier bleiben! Mars! Ja! So, jetzt haben wir endlich mal alle 3 drauf! Ja! Na super! Schau mal auf! So! Ja, hallo! Und du machst das richtig! Du gehst unterm Baum! Hier ist es nämlich wenigstens trocken! Hier ist es wenigstens trocken! Aber du bist ja... Du bist ja ein Powerpaket! Du bist ja ein Powerpaket! Jesus! Hier ist es mal her! So, das reicht auch! Wir machen mal Turm und einensknochen, damit ich die Flatsch rieche. Ok!